1,4,3,2,1, los! Um! Um, 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 um! Um, um, um! Du musst atmen, damit du das Fleisch riechst. Riechst du das Fleisch. Du musst es leise riechen, komm setz dich zu mir, oh Els, oh Harald, da muss ich grad ganz tief einatmen, dann atme ein und leg dich zu mir hin, aber langsam durch die Nase. Platzblatt Nummer 1, meine erste Frage, was würden Sie an unserem ersten Date machen und wo? Oh, ich würde mit dir über, 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 auch richtig, draußen, Straßenfahren, Straßenfahrt. Der zweite Ratschlag, das ist ein Mega-Ratschlag, man hat schon eine Creme zu Hause, weil man sie ja öfters hat. Und der dritte Ratschlag, das sind drei Ratschläge in einem, wirklich drei Ratschläge in einem. Man setzt sich weder auf eine kalte Unterlage oder man hat keinen Stress. Vielen Dank für Ihre Tipps, wir beherzigen Ihren Ratschlag natürlich sehr gerne. Oh, wie der Mond über uns scheint, ich könnte glücklicher nicht sein. Mein Wein, mein Wein, sitzt auf dem Abort. Ja, ich werde mir das Ganze anschauen und... Bitte kommen schnell, das ist meine preisgekröntet, seht Sie, und ich muss Ihre Milch zappen. Ich hab da deutsche Gäste hier. Gut, ich werde sofort vorbeikommen. Danke. Auf Wiederhören. Warum rufst du mich denn an, wenn ich dein Nachbar bin? Brauchst du noch umschreien? Muuu! Das ist die Zensie. Ich schicke Ihnen den Anwalt. So lass ich nichts mit mir reden. Schick mir nur den Anwalt. Schick ihn mir nur. Ja, ja, mach nur. Ja, ich schicke Ihnen den Anwalt. Letzten, und k puntos aus dem Anwalt.